das baum hakelt ein bisschen aber es wird nein stopp jetzt hier feierabend voll die löcher da drinnen gelassen was wieder so eng geworden ich wollte nicht zu riesig bauen das muss reichen ja wir haben andere werkzeuge also wenn wir sie auch nutzen so ich glaube damit einfach mal die fenster raus also so jetzt tragen wir die wand ab dann haben wir alles schon ein wenig größer gemacht ich hätte natürlich schon gerne fenster aber die kommen dadurch da haben wir auch keine lust drauf ich glaube wir müssen da noch breiter mit ne glaube ich hätte gleich hier an schließen sollen und das im ganzen so verlängern okay wir riskieren alles noch mal weg das ist eindeutig zu schmal so ist besser dann bauen wir noch mal schnell um ach verdammt von schleifstein schleifstein gleich gleich okay wir müssen gleich neue schleifsteine noch herstellen wir haben noch stein das ist also alles kein problem für uns so ja dann machen wir das einfach im ganzen gleich so breit ich wollte natürlich hier mit da und da und hier ums eckgrund das schenken wir uns dann jetzt einfach müssen wir noch ein bisschen erde klatschen denn müssen wir dann bis hierhin auf jeden fall ok dann machen wir uns das ganze mal hier ein bisschen fröhlich ich sage ja die ganze erde kommt ja eh wieder raus aber wir haben jetzt nicht so doch wir könnten holz glauben ja ne also holz haben wir auch nicht müssen wir mal schauen so neun nein so verdammt jetzt bleiben wir nämlich nicht hier so das kann doch nicht ok da vergessen wir wieder die hälfte ok wir können runter ja ist jetzt so ein steinklotz erstmal das müssen wir natürlich noch ändern und auf hübschen das ist klar oh wir könnten die wand ja eigentlich drinnen lassen das ist ja gar nicht so schlecht dann nehmen wir die noch raus den auch ach von der anderen seite hm wir brauchen erstmal schleifsteine es führt kein weg dran vorbei wir brauchen sie und zwar hier und da ja da kommen wir machen alle 13 wir brauchen die so oft ach moment mal wir hatten doch wieder ab ab level 10 ok so dann nehmen wir die wandseite noch weg erstmal erst mal 3 4 5 1 2 3 4 5 ja das wäre dann aber so schmal boah 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 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 2 hoch oder wie haben wir das momentan jawoll boah der war nicht richtig den müssen wir gleich wieder abbauen ähm so 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 jo kann man doch machen oder nicht ich finde schon so womit ersetzen wir denn den boden machen wir holz oder was machen wir erstmal wir haben natürlich am meisten stein stein will ich nicht aber ich will auch nicht den ganzen roten teppich jetzt benutzen so mäßig wir könnten auch den stein erstmal ne das sieht nicht das sieht nicht aus moment was können wir denn noch hier am schmelzofen wir könnten auch die stein blöcke hm ich glaube wir müssen die werkbank schon wieder auf motzen was brauchen wir denn achso ne wir könnten den schmelzofen mit basal stein blöcken okay dann können wir neue rezepte in ordnung und was brauchen wir bei dir eigentlich die eisen haben wir noch nirgendwo gefunden bleibt uns wohl erstmal nur ähm ja die nehme ich bestimmt auch nicht also portalsteine gehen nicht ähm ja es bleiben tatsache wohl nur die über dass wir es erstmal mit denen auskleiden sieht zwar nicht so tipp so toll aus aber jetzt hier so garten style brauchen wir auch nicht aber ein bisschen rot hätte ich gar nichts dagegen auch ein bisschen holz man könnte ja mal gucken dass man den äußeren ring hier mit holz machen kann schauen wir gleich mal oder mit roten teppich das wäre auch ganz nett vielleicht und dann mit holz das wäre wahrscheinlich auch top aber ich weiß gar nicht was wir für den roten teppich benötigen baumwolle okay okay das sollte nicht unser problem sein wieso okay muss ich nicht verstehen ähm tasche tasche so baumwolle ne ja ist baumwolle ok 8 kriegen wir hin die nehmen wir erstmal 10 schaffen wir nur und dann gehen uns die bären aus ja das heißt wir müssen noch ein bisschen was an bären sammeln wie könnte das denn aussehen hm ne ich weiß das ist zu viel würde ich behaupten weiß ich nicht sieht nicht aus nehmen wir vielleicht doch holz ähm ja nehmen wir erstmal portal steigen schutz da raus ja das könnte gehen könnte gehen könnte man machen ähm wir brauchen noch mehr achso können wir vielleicht auch so wieder einfach nein wir müssen an die webbank naja 36 kriegen wir hin die coupled nicht sind ihnen die grabbing etwa das Ja, und schon haben wir die 36 in der Tasche. Hier waren wir, ne? Genau. Nein, nehmen wir gleich weg. Okay. Oh, das wollte ich alles nicht. Aber interessant. Wir könnten mal ein bisschen Licht hier reinbringen, ne? Oh, wir haben hier einen breiter. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh. Ja, dann müssen wir das nochmal ändern. Denn das sollte nicht passieren. So muss es dann. Dann könnte man vielleicht... Ja, genau. Nee, komm, das fängt an blöd auszusehen. Was wir machen ist, dass wir das hier aus dem Stein machen. Ne. Machen wir nicht. Ähm, vielleicht aus Teppich. Und dann machen wir hier so ein bisschen Teppich. So, den Mittelweg. Okay. Ja, dann sieht das Muster ganz hübsch aus. Das könnte man machen. Dann so bis hier oben hochziehen. Machen wir. Ja, und für die Seiten. Weiß ich nicht. Der sieht so doof aus von oben. Ich kann mal gucken, wenn wir den zusammen machen, wie er dann aussieht. Ja, okay, kann man machen. Ist jetzt nicht das Schönste. Wenn wir nochmal was Besseres finden, wechseln wir das aus. Wir können ja nochmal schauen, wie der aussieht. Also ich glaube, der sieht schon fast besser aus. Ja. Okay, wir haben uns entschieden. Wir nehmen den hier wieder raus. Ähm. Wir brauchen mal kurz einen Schleifstein. Eins und zwei. So. Dann hier hoch. Dann machen wir die hier hin. Für den Teppich gehen wir auch gleich nochmal los, wenn es wieder hell ist. Dann haben wir noch Baumwolle. Oh, hier haben wir ein Holz vergessen. Hä? Wie bist du denn da? Hm. Okay. Interessant, interessant. So, dann nehmen wir das hier wieder alles weg, was wir an Erde hingeklatscht haben. Aber ich sage, war klar. Nein. Ja, dadurch, dass es manchmal ein bisschen hakelt, kannst du keinen richtigen Fluss hinkriegen. Oh, es wird hell. Sehr gut. Die blauen, also hier die komischen Ritter werden vernichtet. Wir können hinaus. Das Holz hätten wir auch verwenden können, aber okay. Wir haben uns jetzt anders erstmal entschieden und bleiben jetzt erstmal dabei. Hier haben wir Baumwolle. Wir müssen auch demnächst Baumwolle pflanzen, dürfen wir nicht vergessen. Ein paar Bären nehmen wir auch mit, weil wir brauchen für die Farbe die roten Bären. Okay. Ich mache erstmal so weiter. Dich nehmen wir mit und dich nehmen wir mit, wenn wir denn auch treffen. Dich genauso. Dich genauso. Und ich habe Gott, ich habe es ich möchte